Alte, wie viel? Das machen wir gleich nochmal. Ähm. Jetzt Attentat... 1 nochmal? Ne, Attentat 4? Ne. Ach ja, aber 4. Und der Hackel das schon ausgewählt hat. Ich glaube, 4 war aber, glaube ich, das beschissenste. Ne, ich glaube, 4. Doch, genau, 4 war das beschissenste, weil das als einziges ein Zeitlimit hat. Ja, du auch, du Lappen. Ja, wobei ich glaube, in der Mission ist dein Fliegen der Karre gar nicht mal so schlecht. Oder hoffentlich war das das. Ne, was war das denn? Ach so, nein. Das war, das war, das war easy mode. Ach so, stimmt, stimmt, 4 war noch, 4 war noch gut. Dann war 6, 6 war für den Arsch. Ach du Krüppel. Ich glaube, ich habe, eigentlich kann ich auch meinen, ja, ich habe eine Idee, weil dann kann der Wohner immer bei dir mitfahren, da hole ich mal ein Raketenmoppet. Ne, ich habe, ich habe, ich habe ein GTA, habe ich ein Raketenmoppet. Das hat so eine Raketenantriebsdüse hinten dran. Wenn ich den Power-Schub gebe, dann fliege ich quasi durch die Gegend. Raketenmoppet, rettet die Welt. Okay. Fuck. jetzt ist nicht mehr markiert man kann nach der hacke der machte schon ja so herr moment hatte das ist unter uns oder was soll akku hier die ganze 8 hier kommen wir raus die wir einfach hier rein wir schon durch hacke dach Hä, wo ist das Ziel? Wo ist denn der Homo? Hä, ich hab den doch jetzt nicht übersehen, ich hab doch alles abgeknallt. Könnte ich mich abholen, wenn du Zeit hast? Haupteingel. Also, nur wenn ihr nichts besseres zu tun habt. Also, nur wenn du Zeit hast, wenn du Zeit hast. Ich hoffe schon, wo du... Du Scheißgrüppel. Du kannst schon wegfahren, der Hacker hat mich gerade abgeholt. Jetzt muss ich mal meine Mechaniker anrufen, dass sie mir gleich das Moped vorbeibringen. Warte, halt noch nicht so weit weg, warte kurz, warte kurz. Fuck, wie heißt das? Oppressor, genau. Zu nah am gegenwärtigen Fahrzeug. Mann! Flieg mal ein bisschen weg, Kackel! Ne ne, immer noch nicht! Ne 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 Warum kann ich mir eigentlich von meinem Mechaniker kein zweites Auto sache liefern lassen, das ist doch total behindert. Okay, mach mal das dritte. Das ist durchkommen wie das Raketenmoppet. Deswegen fahre ich jetzt beim Hackel mit und dann kann der, kann der, der Wohner in meiner Karre fahren. Weil dann kann ich nämlich währenddessen mein Motorrad anfordern, das beim nächsten Mal ist dann auch mein Motorrad mit dabei. Und dann kann der Wohner wieder beim Hackel mitfahren. Das ist, das ist Planung, ja das ist, das ist höchste Mathematik. Das ist zum vollen Benzinkenister über Auto. Wenn der Hackel fährt einfach straight los. Dein persönliches Fahrzeug ist nicht unbesetzt. Ne, muss ja nicht, das ist äh, okay. Ja gut, ich mein der Hackel der bombt jetzt eh gleich den ganzen Hangouts, haben dann ist ja eh wurscht. Also Wunder, geh eine Runde golfen oder so. Steht ja gerade Dr. Chaos auf dem Numernschild. Geil. Steht auf deinem Namen, steht denn auch dein Name drauf, ja Wahnsinn. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das auf so nem Namensschild auch nen Name draufsteht. Ja Hackel, du kannst ja auch fliegen, du Lappen. Jetzt flieg doch. Ja, aber jetzt musst du eh fliegen, weil da fährst du nicht schneller. In Astrup, bei der so fetten Statue in der Mitte, gehst du ein Stück nach rechts oben. Ne, gut, das ist schon zu weit. In Astrup, in der Stadt. Ja, da ist ein fette, ganz in der Mitte, das ist ein fetter Brunnen. Genau, und wenn du von da aus 20 Meter nach rechts oben gehst, dann stehen da überall Taschen rum und so und da ist ein Verkaufsbrett. Also mit Hackel seiner Chaos ist das echt easy Mode hier. Ich weiß es nicht, ganz in der Mitte von Astrup, wenn alle vier Wege aufeinandertreffen. Ja genau, okay, gut. Und da gehst du ein Stück, also wenn du jetzt gerade auf deinem Bildschirm guckst, den Weg nach rechts oben, da gehst du ein Stück weit lang, aber nicht so weit, nur ganz ganz wenig. Und da gibt's, da gibt's so ein Verkaufsbrett. Also, ja das kennst du auch, das ist wie der Ressourcenhändler bei Doofus, genau so schaut das aus. Hey, warum ist die Mission nicht geschafft? Achso. Hm, so cops am Ase schon was geiles. Alter, das mit dem doppelt Geld gefällt mir. Wollen wir jetzt? Attentat 2. Attentat 5. Auf 5er kacke, glaub ich. Ja irgendwas, irgendwas war total scheiße, ich weiß nicht, ob das 5 war. Oh, er hat Sex gesagt. Okay. Wollen wir jetzt. Okay. Ist das? Was ist das? Wollen wir es nicht? Es ist nicht so, ich sehe, ich sehe ihn. Vielen Dank.